Hey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zur wahrscheinlich letzten Folge von U-Bahn. Wir sind immer noch hier am Zombies killen und ich hoffe ganz ehrlich, das muss ich jetzt einfach mal eingestehen, dass mich das Mixtry nicht zu sehr weggehauen hat, weil, naja, ich weiß nicht, das Zeug, ohne Scheiß, ich verarsche euch jetzt mal nicht, das hat gerade richtig reingehauen, ungefähr so stark wie Wodka und ich habe es gerade beim Laufen erstmal gemerkt und ja, mir geht es aber trotzdem noch gut, alles ist fresh, alles ist dash. Ich wette, die Runde können wir noch überstehen. So, lasst sie erstmal kommen, die Zombies, hier in der Mitte ist echt perfekt gerade. So. Oh, fuck, fuck, bitte, bitte, bitte. Das muss einfach hinhauen. Juhu. Wusste ich's doch. Das haut hin. So, nachdem wir das jetzt geschafft haben und doppelte Punkte kriegen, erstmal die Atombombe. Juhu. Joa, jetzt schaffen wir das locker. Oh, maximale Munition. Moment. Fuck, 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 okay, das geht. Viel Spaß, Jungs. Jetzt haben wir ein Problem. Räuchern wir ganz schnell wieder los. Viel Spaß da hinten. Klappt doch, wundervoll. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Oh, das muss jetzt einfach mal sein. Mh. Mh. Alter. Teilweise schmeckt Mixery echt widerlich, aber oft geht's auch. Bam. Bam. Ich muss immer so tun, als würde ich so Patschau machen. Dann stirbt alles. Ich hab jetzt mal nicht auf die Zeit geachtet, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, das haut einigermaßen hin, zumindest. Ey, damit kannst du ja tausende von Runden überleben. Das ist ja der Hammer. Vor allen Dingen kriegt man auch noch die Extras. Das ist einfach geil mit dem Ding. Und dann noch die Zeus-Kanone, falls irgendwas schief geht. Ich mein, was willst du denn mehr? 323.000 Punkte auf Lager. Alles bestens. Alles fresh. Bumm. Bumm. Doppelte Punkte wieder am Start. Jetzt müssten eigentlich wieder mehr kommen. Wir haben Runde 50 erreicht. Totenkopf. Viel Spaß damit. Bumm. Oh Mann, wie geil das ist. Man sagt einfach so Bäm und die sterben alle. Das ist ja wirklich... Also die Strategie, die ich grad entwickelt hab, ist zwar armselig, aber genial. Weil ich mein, ganz ehrlich, die kommen nicht zu euch hin. Sterben einfach direkt. Und ich mein, wie viele... Ihr müsst ja nahezu gar nichts machen gerade. Alter, besser geht's gerade gar nicht. Jetzt stirbt hier noch alles. Jetzt gehen die Zahlen richtig in den Keller. Wir halten locker noch ein bisschen durch. Ja. Ja. Ja, so passt es wieder. Gut. Müssen wir, wie es scheint, noch ein bisschen aufräumen. Nice. Runde 50 war ja doch nicht so hart. Wenn ich mal zu viel Zeit hätte oder mir Urlaub nehmen würde, würde ich auch mal rund 115 versuchen. Aber heute nicht. Wirklich nicht. Das wird zu lange dauern. So, mit Infra-Death geht's weiter. Wir machen noch ein bisschen. Bis das Ding leer ist, dann nehme ich noch eine Waffe und dann mal schauen. Wie kann man, obwohl die gar nicht gekommen sind, mit dem zweiten Schuss dann noch... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es direkt nicht. Ich verstehe auch nicht, warum ich das nicht mit Facecam aufgenommen habe, aber naja. Dann ist das halt mal so. Max, äh, FPS, äh, Ammo. Ja. Oh, kleines Extra. Ich wette, da kommt jetzt wieder was. Bam. Bis hier hin, Alter. Dürfen nur nicht in dieses Quadrat hier kommen, zwischen den Säulen. Ich sorg schon mal vor. Na? Nee, Jungs, das könnt ihr schon vergessen. Das ist ja der Hammer gerade. Ich wette, das wird aber noch ein bisschen dauern. Einen Headshot kannst du nicht wirklich geben damit. Nee. Das hat auf Zombies gar keine Auswirkungen, außer wenn das Ding dann hoch geht. Dann ist es böse. Aber ansonsten ist egal. Was denn? Ich habe schon vorgesagt, Jungs. Keine Sorge. Funktioniert alles bestens. Hm, mal schauen, was sie jetzt machen. Oh, Runde 52 erreicht. Oh, so schnell geht das. Seht ihr? Mehr mache ich jetzt aber auch wirklich nicht. Noch die Runden und dann ist gut. Hm. Hm, 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 hm. 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 Gott, verdammte Arschlöcher. Warum sterben die denn nicht? Alter. Was ist denn los? Das kommt immer erst später. Warum geht das auf einmal nicht mehr? Das ist ja total scheiße. Gerade ging es doch auch. Das ist doch scheiße. Hey, so geht es aber. Mal schauen. Oh, wir sind wieder alles los. Das ist nice. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Müssen wir mal kurz gucken wegen der neuen Waffe. Ja, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Dass das Ding auf einmal nichts mehr bringt. Ja, das bringt mir jetzt auch herzlich viel. Jetzt haben wir endlich mal eine UMP gezogen. Jetzt, wo wir sie überhaupt nicht mehr brauchen können. Die Zombies sind schon so stark, dass es gar nichts mehr bringt, die einzusetzen. Aber ich hab trotzdem meinen Spaß dran. Weil die UMP doch echt ganz nice aussieht. Zumindest vom Aussehen her. Gerade gepanzcht auch mal wieder. Aber wobei, die killt doch eigentlich noch ganz nett. Aber wir müssen uns jetzt schon wieder nach was Neuem umschauen. Und das gefällt mir gerade echt nicht. Spaß. Okay. Das Ding bringt ja überhaupt nichts mehr. Das ist traurig. Und hat sie die nicht irgendwie auch anders geladen, wenn man die gepuncht hat? Normalerweise. Das weiß ich auch nicht. Okay, die Runde machen wir auf jeden Fall noch. Naja, was soll's. Kannst du auch nichts dagegen machen. Egal, wie gut du bist. Das bringt nichts. Die Zahl ist ja immer noch auf 101. Alter. Nicht mal die Zahl geht irgendwie runter. Das ist traurig. 130. Oh, jetzt ist schon ein Zombie gestorben. Krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das war knapp gerade. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, um ehrlich zu sein. Hm. Okay, nächste Runde hau ich ab. GL. Ja. Alle werden sterben. Es lohnt sich trotzdem zu schießen. Dann sind die Nächsten halt dran. Das tötet ja immer eine bestimmte Anzahl an Zombies und nicht mal ein ganzes Magazin von dem scheiß Ding bringt was. Die lassen sich von gar nichts mehr unterkriegen. Das sind Zombies, die ich mag. Oh Mann, jetzt wird's schwierig. Komm schon, komm schon, komm schon, du scheiß Spiel. Ja, ich wusste, dass das passiert. Jetzt bin ich letztes Mal gestorben. Scheint so. Jetzt ist auch der Zeitpunkt, um sich zu verpissen. Erstmal die schöne Suus kennen. Neun Zombies über. Das machen wir doch locker. Jetzt nicht sterben. Das wär jetzt doof. Nachladen. Und Runde. 53 ist so gut wie erreicht. Jo. Ein letzter Schuss. Juhu. Juhu. Bam, 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 bam. Okay, die machen wir noch eben. 54, let's go. Mal gucken. Damit müsste es eigentlich auch gehen. Die ist ja noch besser. Tja, Pechka. Wie der die Zunge raushängen hat. Ach, das ist gar nicht seine Zunge, oder? Weiß ich gar nicht. Volle Munition. Ich würde sagen... Los geht's. You escaped. 53 Hunden. Wir haben's überlebt. Jihad. Dallalala. Ja. Das war's. 3.305 Kills. 381 Headshots. Wir haben's geschafft. Nice. Und auf einmal ist alles ruhig. Hm. Okay. Und was ist jetzt der Dank dafür? Gar nichts. Gar nichts. Nein. Gar nichts. Jetzt darf ich nochmal. Toll. Ja. Juhu. Ich darf nochmal. Ich darf nochmal. Ich darf nochmal. Ich darf nochmal. Aua. Wo ist denn der Zombie? Wo ist der? Ah, fuck. Jetzt bin ich tot. Sowas passiert einem auch mal. Ja gut. Ich hoffe zumindest, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auf der nächsten Map. Euer Keter sagt Cheerio. Und bis dann. Tschüss. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein.